einen wunderschönen freitag guten abend hier aus den playoff studios mit mir dabei heute der brotzi das bin ich brotzi dabei und mit mir heute dabei die bestätigungen so haben ein paar kleine exzellente matche zum einspielen gemacht da war ein paar gute dabei aber wir haben auch richtig auf die nase bekommen richtig habe gesagt dass wir mal ordentlich auf drehzahl kommen hier denn wir wollen ja heute mal was reißen ja heute mal richtig schauen wir mal das heute mal richtig was abgeht so richtig dreckig ja wie ihr seht mein facecam fenster jetzt größer und hoffentlich auch mit der stimme wieder synchron ich habe versucht in der ersten folge ist gut hinzukriegen und wir steigen direkt ins spiel ein sehr schön haben du fährst und zwei profis das sollte machbar sein heute wollen wir eben einspielen wieder mal gemerkt haben dass das einig zu sagen hat richtig genau ja ja du bist sehr leise noch im spiel ich glaube ich muss das spiel noch mal ein bisschen leiser drin aber wenn ihr den channel nicht so ganz versteht dann macht er da geht doch einfach in seine folge und gut sind da ist wer geht denn jetzt dahin gehe ich nicht so bist du da auch scheiße der gewandt hin da war er nicht schneller wie ich komme ich mal ran naja wegen dem tor das hat er also bitte am pegel steigt aber es gibt immer noch eine dritte halbzeit und erklären wir das dann unter männern genau ich gehe mal nicht hin das wäre wieder so ein moment gewesen das musst du im instinkt haben oh scheiße jetzt bin ich wieder fahrbar ich kann den blöden ball nicht einschätzen mit dieser ding ja einerseits kannst du den winkel nicht abschätzen aus dem ding andererseits wenn du den ball nicht anguckst du siehst du nicht wann er kommt das ist so ein bisschen naja kontakt das ist eine wissenschaft aber wir haben ja gesagt wir sind der blöden ball nicht fliege und ich fliege wieder naja folgt hier so halb fack also muss nicht schön als rampe benutzt ja das war sehr cool jetzt hier im replay zu sehen bin über dem shadow sein über seinen bauch gerutscht das war quasi der doppelbauchige kildschott werden fährst also wenn das mal nichts kill war das war hart was du so nicht mit jogen ach so das was du nein ich würde nicht blöd zu dir sagen also vielleicht schon aber nicht im let's play 1a vorlage mann durchaus aber leider für die anderen ja ich war ja du fährst bitte mach mal was habe ich auch gegeben ich bin selber ja nicht besser also warum sollte ich sagen mach du mal was wir müssen uns hier nicht beschuldigen und so das bringt uns nichts da hat er jetzt keine rolle gemacht da sauber einspielen läuft es immer so gut und demnächst ist das so dämlich Ja. Wow! War gut? Alles ruhig, das war alles gewollt. Komm, geh rein! Jawoll! Den haben wir reingekribbelt. Irgendwie. Alter, was meinst du, ey? Breakdance in der Luft, du fährst. Ach komm, das machen wir nur noch. Ja, ne. Jetzt ist der Ärger wieder geweckt. Come on, quetscher! Gehst du? Nee. Oh. Jetzt geh ich. Du siehst doch, dass ich direkt unter Mal stehe. Ja. Tja, das war wohl daneben. Oh, 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 oh. Nein! Bist du da? Nee. Fuck. Nicht mehr. Musst du ja ausweichen. Bist du mit? Ja. Komm her. Hast du, hast du? Ja, hat er. Sauber! Kaboos! Sheenai! 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 Du fährst? Ich fährst. Ich fährst. Uh. Das sind genau die Dinger, ey. Willst du? Ja, fast. Oh, machen, machen, machen. Oh, das ist ja so. Ja, voll recht. Schade, kloppen können. Dritte Halbzeit, jetzt regeln wir das wie Männer, haben wir gesagt. Mann, nervt doch wen anders. Was? Das ist nicht der Autoscooter-Simulator. Nicht? Ich geh ran? Äh, fliegt. Ja, oder nicht? Oh. 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 Ah, kacke. Wuhu. Brutzi zur Stelle. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, ich bin daneben, das gibt's nicht. Wie schlecht war das denn bitte? Guck da, was macht der denn da? So alle geht. Na ja, erstes Match muss irgendwie verloren werden. Leider. dieses Spiel, wenn ich es verkaufen könnte als Gebrauchtspiel dann würdest du es nach zwei Tagen wieder wollen ja eben, ich würde es verkaufen und gleich wieder kaufen vielleicht sieht man mal so ein bisschen meine rote Nase, ich war nämlich extrem erkältet die letzten Tage und jetzt ist wieder diese Zeit, wo sich die Nase so pellt wenn man die ganze Zeit Taschenbücher benutzt ja ist ja gut dann machen wir ja kein Smalltalk ach jetzt ist es egal, wenn ich dich unterbringe oder? Letztes Mal hast du gesagt, der unterbringt mich doch, wenn es wichtig ist ja ist ja nicht wichtig ich fange immer an, außer du stehst vor mir dann fängst du an da haben wir doch schon drin so was du? oh, dickes Ding, dickes Ding da hat er nicht mit gerechnet bounce du fährst ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen scharf auf das neue Assassin's Creed, ne? ich habe heute zweite Folge von dem Let's Play geguckt und irgendwie äh, habe ich da wohl Bock drauf das taugt oder was? ja, das Setting ist halt geil mit London, ne? Vorsicht, kommt wieder ja also ich finde, bisher ist es, macht es ganz gut einen Eindruck was machen die denn da? die sind ja auch nicht so einig aber es kommt ja erst in einem guten Monat für PC raus dauerst du noch ein bisschen da fliegt er wieder in einem halben Bildschirm geiler Scheiß, das ist jedes Mal ein Genuss boah gehst du? äh, nee ich frage jetzt, achso, du hast wahrscheinlich auch die Beikamera ja, normalerweise kommst du genau immer in der Scheiße, kommst du da angeschossen was machen die? ich weiß es nicht da gehe ich jetzt aber ran oh ja ach, neiii was hat der denn vor? Tor schießen wahrscheinlich nicht mit dem Commander oh nee, oh nee was macht der denn? pass auf jetzt machen wir den Ball da weg das ist mir hier gerade echt zu kritisch okay, ich ach ich war gerade am Vorgang einlegen die ganze Zeit rückwärts fährt er und dann ich hatte keine Chance guck mal, der Aufnahme er hatte keine Chance ich müsste natürlich auch sehen, wie lange du rückwärtsfallen gedrückt hattest das wäre auch mal interessant wahrscheinlich so was war denn das jetzt? da kam ein anderer Spieler ach so soll vorkommen bei einem tu und tu heute ist bei mir aber auch so ein bisschen da wundern aber ich glaube das sage ich jede Folge was war denn das ist ein Troschers? das sieht doch sehr schön sehr schön sehr da ist und ich hüpfe vorbei man es gibt es doch nicht ich mach doch mal was das wird schon wieder so eine aufnahme mit viermal in folge verlieren ach käse wenn er mich noch einmal an dort dann melde ich den ich fliege komm meh oh das sieht gut aus ich komm mal mit ja nein 20 sekunden man ja genau und die machen noch eins bitte mach es das thema ist durch leute wir sollten wir sollten keine aufnahmen mehr machen wir sollten einfach nur ergebnisse zeigen also dann fehlt auch das witzigste vom ganzen ding dass ich mich ärgere oder was ja schaut bestimmt lustig aus in der facecam so angry birds angry butler angry bruce brasserino du fährst guck mal der heißt so wie ich alfred ne patrick warum bin ich so fröhlich so fröhlich so fröhlich war hat er dich ganz schön nass gemacht der profi der fahrer der fahrer ist ja und du hast mich angedotzt was du vor mir ich habe es auf der kumpel von den grund zu lassen ja nicht was soll ja hier das unfreundlich ist der ende der zehn sekunden man das ist aber kein toller titel es ist nicht das aber auch nicht schön nach zehn sekunden zu liegen ich mache sie nass gut der war zu steil ich nehme aber den bus die man mit du sollst dich immer nach dem bus gucken brauche ich aber dafür dass du drunter durchfahren kannst oder wie durch bussen ja durch bussen genau geschwindigkeitsrausch brauche ich noch mal dreht um zum ball und er ist einfach komplett zurück es ist einfach nur geil aber jeder normale sind ja nicht normal sonst will ich nicht bei uns das let's play hast du mich jetzt eingedotzt nein das war patrick glück hat er jetzt dich das gemacht nein ich glaube eher dass du sogar dran warst da war ich nicht dran definitiv nicht schick gemacht übrigens ein cooles dankrad jetzt machen ich habe gesagt du solltest rein machen schenai damit ach so oh erstmal nicht drunter durchgesprungen so ich komme mit irgendwie was machst du ach ja dann da macht mir mal ich gehe nicht mehr zum ball ja da hättest du halt mal was gesagt oder ich stehe doch direkt vorbei was soll ich das sagen ich leuchte rot wenn du mal ein bisschen entspannter nein du hast gesagt ist er ist fixer bock mehr auf entspannt hier ich kriege ihr puls komm mal runter ich brauche echt autogenes training nach jeder spiel das was wir machen ohne witz aber sei dir lasst ihr gesagt sein ich habe endlich die winterreife auf meinem auto extrem hart runter gekloppt mit dem afcs kameraden zusammen holzklotz hammer alles lief so bittschiff jetzt machen schenai wenn er auch so reingegangen aber ich dachte ich mache lieber auf safe dass so ein shadows geister herkommt und darunter durch boostet wo der winter kann ja noch einer ja da war das kann ja ok fahr so jetzt doma ja ok jetzt da kann ja gar keine los so weit weg das war dann mal ein frontal zusammenstoß hat man gesehen normalerweise bist du bei einem backup bei sowas schenai kommt schenai kommt ja er kommt doch schenai auf einmal macht das spiel wieder spaß ja erst mal schenai so jetzt nicht nachlassen ich war ja ich musste kurz aufstehen und mein ranz in die kamera zeigen ich lande ich werde gedotzt ich war zurück ja auch macht das ich gehe an das ist aber auch der letzte sekunde gesagt sauber ich meine jetzt jetzt das war habe ich keine lust mehr ich täte in der mitte stehen ich habe mich nass gemacht aber so dinge hält er halt ne aber dafür springe ich dann wieder unterwegs durch ja ja kein ding nein ich springe auch noch daneben ja das ding ist durch gewonnen du klingst irgendwie so befragen warte kacken , ich fahr nicht kacken ich hab mein ranzen mit wem hast jetzt gerade gesprochen mit dir welches spiel war das das dritte glaube ich jetzt kommt das vierte 1 noch und das erkannt erst mal vorbei das ist türkische kultur kultur ist es also da war noch mal über das feld rutscht nachschutz von profis leider gehalten für bürde macht eine parade als gut als gut ja jetzt was man nicht gemacht was machst du alter ich krieg hier noch herzkasper doch vorsicht ich fange bald ein wie zu weinen so ein kleines kind für so ja so ich fahre mal auf abstand so sauber schon wieder nicht hin und raus und ich habe schon wieder vorbei hier nein gehst du ja war der plan stark schade sehr schön gekommen stand ich leider nicht noch mal gehst du dann ich schaust dass ich es versuch sollte jetzt machen der bremst vor mir jawohl nein der wäre fast reingegangen nicht hüpfen einfach fahren richtig was hat er jetzt gemacht verstehe ich nein jetzt hat er mich weggebounced pass auf pass auf bitte dieser nervenkitzel dieser adrenalin das ist nicht gut dieser adrenalin wer ist denn das das war so ein schöner muss und er machte mir kaputt hat mal auf der stelle gesprungen ja dachräder tor dach zeitenräder rieder sagt doch sowas nicht das war ein bisschen knapp da muss doch mal eins reingehen wie so steht das noch da steht aber in der mitte und wartet ich war es jetzt sowieso so wie du ich gerne muss sagen da kommt ja auch mich zugeschossen wäre ich oder er ja du und versaut mir meine das war nein nein vor der links ja das sind gute gegner her ja stehst du hinten ja gut nein war so nicht gepackt da macht er mich nass da macht er mich nass wenn du drunter durchspielst spring ich auch drunter durch und dann ist sowieso vorbei aus solidarität so das waren die ersten vier matcher von heute tja eins gewonnen drei verloren was soll man sagen scheiße ist es ist es negativ wird statistik schatter statistik ja ist es das ist nicht gut aber sie sehen sie in der nächsten folge da versuchen wir alles besser zu machen ich würde fast sogar sagen wir versprechen euch dass wir alles besser machen und dann wünsche ich euch einen schönen abend schön freitag schönes wochenende und von mir auf wiedersehen tschüss